So, hallo Leute, ich mache heute ein Let's Play Minecraft, ja das hier ist jetzt mein erstes Let's Play und jo, also ich weiß noch nicht richtig, wie man sowas macht. So, das erste was ich jetzt, oder wir jetzt machen, ist erstmal ein bisschen Holz schlagen gehen, damit wir später die Jagdzeuge und so herstellen können. So. So, dann kommen wir nochmal einen neuen Baum, wo haben wir, hier ne, so. Ah ja, schöne Welt. Joa. So, den Baum hier noch, und dann tun wir uns mal ein Blatt suchen, wo wir unser Haus hinstellen. So. Ach ja. Herrlich hier. Hm, nee. Boah. Ich wusste es doch. So. Hier mal hier mal hoch. Hm. So typisch bei mir. Immerhin ich ne Karte erstelle, spawne ich an irgendwo wo Schnee ist. Oh, super. Ist hier Kohle drin? Nein, da ist keine Kohle drin. Nö. Wir brauchen Kohle, nämlich für Fackeln, oder später für unseren Ofen, wenn wir Eisen und so schmelzen wollen. Ja, so. Ist auch nicht wirklich was los. Nö. Gibt's doch gar nichts. Sonst finde ich immer Massenbeiß Kohle, und jetzt finde ich gar nichts. Hm. Ich glaube, mein... Nein, doch nicht. Weil bei Minecraft stürzen wir zur Zeit wieder sehr häufig ab. So. Gibt's doch auch mit dir irgendwo hin. Ach, du Kacke. So. 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 Hier ist grad irgendwo ein Skelett. Kohle. Moment, dann machen wir jetzt mal schnell ne Sch... Ah, ne, Quatsch. So. Und noch das da. Und noch einmal ein Holz... Steck. Ich hab schnell mal ne Holzspitzhocke hergestellt. Das macht mir jetzt grad ein bisschen Angst, dieses Skelett. Das ist ja unten drin, dass da jetzt ne Höhe irgendwo ist. Und wieder gleich schön rein plumpsen. Wenn nicht das erste Mal bei mir. Ist das... Ja, ist gut. Irgendwo da unten. So, noch ein bisschen Stein zum mal mitnehmen. Ich hab jetzt mit Angst, dass das irgendwo von hinten kommt alles. So. 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 Ah. Hier ist die Höhle und das wäre schon da unten. So. Hier ist die Höhle und das ist nicht so da unten. So. Oh. Oh, mir ist die Höhle und das ist nicht so da unten, was ich weiß. Also. So. Ich mein, das erste Haus muss ja auch nicht so groß werden. So, ja, das ist schön für das Haus. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Holz und verschnell noch ein bisschen Holz. Und den Ofen, so. So, ja, das wird schön, irgendwann mal unser Haus. Ach komm. So, jetzt aber. Zack, wahrscheinlich noch ne Tür reingezimmert in unser Haus. Ach nee. So, ein bisschen Holz brauchen wir noch. So. Jetzt haben wir kein Bett für die Nacht, ist ja auch doof. So. 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 langweilig. Ähm. Hm. Ach nee, da hinten ist schon ein Creeper. Ich glaube, das lassen wir dann wiederholen. Na, wie mache ich jetzt die Zimmer? Ich grieche die 8 Minuten jetzt rum. Ja, das ist jetzt schön hier, ne? Hätte ich ein Bett, würde ich jetzt hier schlafen. Aber ich habe keine Wolle. Ich könnte mich jetzt beeilen, Wolle zu sammeln, aber... Dann gräft da irgendwas aus dem Hinterhalt an. Gut, ihr habt aber zu lachen. Nee, ich kann nicht mit dem Föder anfangen. Ach nee. Das ist scharf. Nein. Noch zwei. Noch zwei oder viermal Spinnen? Oh nee. Der dumm ist auch. Scheiß Spürgrafie. Komm her, komm. Putt, putt, putt. Nee. Du doch, Netz. Geh weg, geh weg. Ja, du sollst weggekommen, nicht ich. Und dann droppen die nix. Verdammt, das geht scharf mehr. Nein, das ist noch irgendwas in was. Nein, darf nicht. So, komm. Eine wurde noch. Einer. Oh. Was ist noch ein Zombie? Komm. Komm zu Papi. Nein. Nein, das war nur der. Oh, heute auch mal. Sind sie kalt. Ja, wöö. Ach so. Ja, schön braves Schaf. Ja, mit der Schäle krieg ich mehr wohl, aber ich hab jetzt im Moment keine Schäle.